Die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nichts als eine Illusion. Alles ist miteinander verbunden. Seit jeher rätselt der Mensch über seine Herkunft, seine Entstehung. Von Gott geschaffen oder ein Produkt der Evolution? Könnten wir das gestern und das morgen gleichzeitig sehen? So werden wir endlich Antworten finden auf die. Glaubt sie zu kennen? Ich dachte, ich kenne dich. Ist die nicht gut und schön? Schön bist du. Wie lange geht das schon, ne? Ein Monat? Ein halbes Jahr? Oder länger? Wie man sich doch täuschen kann in den Menschen. Einspinnen lassen habt ihr euch. Du warst nach 86. Du hast mich den Vergewaltigungen angezeigt. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber Ulrich hat mich nicht vergewaltigt. Vielleicht war es Regina. Das hast du gedacht all die Jahre, dass ich das nicht habe. Das ist eure Mutter wirklich. Zähl ihn von damals. Hilfe! Hilfe! Selbst ob ich Hände reichte, ich war ein Schluck. Okay, das ist für uns gleich zu Ende. So sterben wir alle gleich. Die dort oben haben uns längst vergessen. Sie richten uns nicht. Sterben wir nicht ganz allein. Mikkel? Lieber Jonas, wenn du das liest, ist alles bereits unwiederbringlich geschehen. Es kann nicht mehr geändert werden. Ich hätte dir die Dinge sehr gerne früher erklärt. Aber ich hoffe, wenn du verstanden hast, wie alles zusammenhängt, wirst du meine Entscheidung verstehen. Die Wahrheit ist ein seltsames Ding. Man kann versuchen, sie zu unterdrücken, aber sie findet immer ihren Weg an die Oberfläche. Gretchen ist weg! Im Wald! Gretchen? Wir machen eine Lüge zu unserer Wahrheit, um zu überleben. Versuchen zu vergessen. Bis es nicht mehr geht. Mein einziger Richter? Ich. Wenn du dies liest, bin ich bereits gegangen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Sowohl als Junge, als auch als Mann. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Alles ist miteinander verbunden. Wir denken, wir sind frei, aber das sind wir nicht. Wir folgen dem immergleichen Pfad. Nieder und wieder. Dann ist doch nicht! Seid ihr vertraut und er wird dir wieder vertrauen. Jonas denkt, er wird alles verändern, und dann dabei ist er nichts als ihre Marionette. Never ever, 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 to fight Never ever, or never, to fight Ich hab Dinge gesehen, die kein Mensch hier bei uns sehen sollte. Wo bin ich hier? Welches Jahr ist das? Wir kommen in der Zukunft